So ihr Lieben, dann mal wieder hallo zusammen, der Lampe hier. Ich bin mal wieder unterwegs, weil das Wetter zwar jetzt nicht so toll ist, aber immerhin einigermaßen warm, so dass man mit einigermaßen warmen Händen auch fliegen kann. Deswegen habe ich mir heute mal wieder einen Spot rausgesucht, wo ich lange nicht war und den werde ich mal für euch fliegen. Also schaut es euch an, bis gleich im Video. So ihr Lieben, dann geht es euch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020